Hallo und herzlich willkommen auf Mockscout, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klembaustein. Heute ist ja Donnerstag. Donnerstag heißt, ich werde euch ein kleines Mock vorstellen, aber diesmal ist es doch ziemlich groß. Es ist sogar eines der größten Mocks, von der Höhe zumindest, was ich bisher hier auf dem Kanal hatte. Also, was stelle ich euch heute vor? Ich stelle euch das Parley The Lighthouse Fortress vor. Das ist das Mock mit einer Nummer 41424, ein Rebrickable Mock natürlich, wie immer, nicht zu verwechseln mit einer Lego-Set-Nummer und das ist ein Alternative Build der Pirates of the Barracuda Bay, der bekannten 21.3.22 von 2020. Dementsprechend ist dieses Alternative Build auch von 2020, ist ja logisch, und von den 2.546 Teilen der Pirates of the Barracuda Bay werden hier knapp 2000 bis 1990 verbaut. Die Höhe, hatte ich gerade schon angesprochen, liegt bei 69 Zentimetern. Das geht hier schon gar nicht mehr ganz drauf. Ich nehme mal gerade hier von unserem großen Leuchtturm die Spitze ab und zeige euch, was da oben drauf ist, nämlich eine Piratenfahne. Das geht hier überhaupt nicht mehr ins Bild, aber das ist auch nicht das Einzige, was da oben interessant ist, diese Fahne. Von 69 Zentimeter in der Höhe, 40 x 40 Zentimeter in der Basis und diese Basis wird gebildet aus den ganzen Medium Azure Plates, die wir in den Pirates haben, Pirates of the Barracuda Bay. Und das ist natürlich hier die gleiche Funktion. Sie bilden das Meer ab und auf diesem Meer oder eben der Karibik, dem seichten Gewässer der Karibik, haben wir hier ein paar sandige Inseln. Der Designer dieses tollen Sets ist Huaoyu zu. Von dem haben wir schon einiges hier auf dem Kanal gesehen, vor allem Alternative Builds von Modular Gebäuden. Diesmal ist es ein bisschen was anderes, aber es ist eben auch wieder ein Gebäude geworden. Von daher hat es mein Interesse geweckt und weil ich weiß inzwischen, dass dieser Designer das richtig drauf hat, was er macht. So, also vom Alter her würde ich sagen 12+. Das kommt doch ungefähr vom Niveau hin, was man bei den Pirates an können braucht. Von den Bautechniken her ist es hier relativ interessant, denn diesen Leuchtturm, den ihr hier seht, das fällt euch vielleicht auf, wenn ihr die Fenster hier seht, der wird zum großen Teil verkehrt herum gebaut. Das ist ganz interessant. Das ist mal was anderes, was Neues, was man so nicht von Lego kennt. Und das macht auch Spaß, das zu bauen. Also, wenn ihr das bauen wollt, braucht ihr natürlich eine Anleitung. Die kriegt ihr von Rebrickable. Das sind zwei PDFs. Ihr zahlt dafür 13 Euro. Was ich in Ordnung finde vom Preis her. Ihr kriegt aber nicht nur die PDFs, sondern ihr kriegt noch eine Studio.io Datei. Das heißt, ihr könnt das Modell reinladen in Studio von Bricklink und könnt bei irgendwelchen Unklarheiten in der Anleitung nachgucken oder ihr könnt es sogar verändern. Das ist natürlich ein ganz großer Pluspunkt, dass der Designer hier dieses exklusive Recht quasi aufgibt, das man an seinem Set weiterentwickeln darf. Also, wie gesagt, der Preis ist in Ordnung und ich habe auch in der Anleitung keine Fehler gefunden. Das funktioniert alles. Es gibt leider ein bisschen ein Problem in der Anleitung, denn, wie gesagt, es gibt zwei PDFs und das erste PDF sagt euch, bau erst mal die ganze Grundplatte, die ihr hier seht, also leg sie dir hin aus den verschiedenen Platten und dann fang an, den Leuchtturm zu bauen. Aber ihr seht ja, hier gibt es auch noch einen anderen Inselteil oder eine andere Insel und ihr müsst quasi die komplette Zeit, während ihr den Leuchtturm baut, diese anderen Platten liegen lassen. Und die sind ja nicht verbunden. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe erst mal die Grundplatte gebaut und habe dann im zweiten Teil der Anleitung gespickelt, was kommt denn da als nächste Lage drauf, sodass erst mal zumindest mein Ozean oder mein Karibikmeer einigermaßen fixiert war. Das hätte man ein bisschen besser lösen müssen, denn es ist sonst eine erhebliche Behinderung. Ich meine, wenn man das ganze Set nicht drehen muss beim Aufbau, ist das kein Problem. Aber das müsst ihr. Ihr müsst es immer wieder drehen und wenn ihr dann diese ganzen nicht befestigten Platten habt, kriegt ihr ein echtes Problem. Aber wie gesagt, mit ein bisschen Gehirnschmalz lässt sich das lösen. So, die Bautechnik hatte ich angesprochen. Es gibt dann ein paar knifflige Schritte. Der Designer ist auch so nett, dass er das immer wieder kommentiert in der Anleitung. Also da entsteht dann immer wieder mal ein kleiner Tipp, ein Ratschlag dabei, wie man es vielleicht auch anders machen kann. Und er sagt zum Beispiel hier oben, das seht ihr gleich noch viel besser, aber jetzt gerade noch nicht so gut, hier oben bei der Lampe. Die wird quasi in dem Leuchtturm von unten mit vier Technikpins oben befestigt. Und das ist auch sehr fest, wenn ihr es dann drin stecken habt. Aber damit ihr erst mal vier Technikpins gleichzeitig quasi ausrichtet, die ja relativ wackelig sind, wenn sie unten nur so ein bisschen in einer hohlen Noppe drin stecken, dann dauert es ein bisschen, bis ihr das richtig drin habt. Und da sagt der Designer zu Recht, das ist so der kniffligste Schritt während des ganzen Baus. Aber man kriegt es auch hin und es sieht gut aus und es ist stabil. So, also so viel zu den theoretischen Details. Ihr habt noch eine Trage hier. Also das ist noch ein separates Teil oder eine Sänfte, wie man so will. Also mit Fenstern auf allen Seiten und vier Stangen oder zwei Stangen, wo dann vier Leute das Ganze tragen können. Das ist von den Größenverhältnissen ein bisschen abenteuerlich. Ich finde es relativ groß. Die Idee hinter dem Set, das beschreibt der Designer auch auf der Rebrickable Seite und er bebildert es auch ganz toll mit szenischen Lego-Männchen, die da eingesetzt sind. Die Idee ist, dass das ein Parley ist. Also ein Parley ist sozusagen eine Verhandlung zwischen in erster Linie mal Piraten. Also in dem Kontext würde man es annehmen. Also das ist ein neutraler Ort. Da treffen sich die Piraten und verhandeln oder eben die Captains halt. Und verhandeln darüber, wie es eben weitergeht. Vielleicht kennt der ein oder andere das Wort Parley auch noch aus Fluch der Karibik. Da wird es ja auch angewendet von verschiedenen Figuren als sozusagen mal kurz Pause. Wir wollen mal reden, bevor es weitergeht mit dem Kämpfen. Also so könnt ihr das einordnen. Und einer der Kapitäne kommt eben hier in seiner Sänfte. Ist ganz nett gemacht hier mit diesen Vorhängen. Da kann man sich überlegen, welcher Captain in der Sänfte getragen werden möchte. Das ist ja ein bisschen untypisch für das, was wir zumindest bisher von den Piraten so gehört haben, in Filmen und Co. Zumindest ich. Also von daher ist das eine nette Idee. Ich habe es so bisher noch nicht gesehen. Also wir werden gleich mal um dieses Gebäude drumrum gehen oder um diese Gebäudeansammlung. Ich werde es euch von allen Seiten zeigen und ich werde auch versuchen, manche Teile mal abzunehmen, dass ihr mehr seht als aus diesem Blickwinkel. Ich bin ja hier leider ein bisschen eingeschränkt. Also die Sänfte mal, dass wir sie abgehandelt haben. Hier mit diesen Fahnen sind das Vorhänge. Wir können mal gucken, dass wir das aufmachen. Dann könnt ihr reingucken. Das ist ein bisschen ja nicht so ganz einfach, weil es dafür nicht gebaut ist, dass man das hier groß auseinander nimmt. Man könnte natürlich auch einfach hier die Teile abnehmen. Das wäre einfacher. Genau, jetzt ist mir hier schon eine der Fahnen abgegangen. Also es ist nicht ganz dafür gedacht, dass man das hier aufmacht. Ihr seht hier den Eingang. Das ist auch eine interessante Bautechnik, weil der untere Bereich auch wieder verkehrt rum dranhängt. Ja, von diesem Bogen. Ja, das sind zwei Arches, zwei weiße Arches und der untere steckt wieder mit zwei Technikpins im oberen drin. Ja, es funktioniert, schafft so einen engen Eingang, aber es ist jetzt nicht unbedingt typische Bauweise von Lego. So, vier, nee, drei Fenster, hinten drei Säbel, oben ein nettes kleines Dach. Ansonsten ist das unspektakulär und es passiert nicht viel. Das ist so ein bisschen das Symptom für das Set. Es gibt ganz viel, ups, jetzt haut die Fahnen ab, es gibt ganz viel außen, aber es gibt wenig innen bei dem Set. Das finde ich jetzt nicht schlimm, aber ihr könnt es nicht vergleichen mit einem Modular Gebäude, was auch noch Wert legt auf den Innenbereich oder ihr könnt es auch nicht vergleichen mit einem Alternative Bild, wie es schon von Huaoyu zu kennt, der ja auch viel Wert auf Innenraum legt. So, gehen wir einmal ein bisschen näher ran. Die Turmspitze, wobei ich stelle das Ganze mal hier rüber, die Turmspitze finde ich jetzt nicht so relevant. Wir gucken mal, was wir vom Turm nachher noch sehen. Ihr seht hier vorne eine Insel mit dem Leuchtturm, also Lighthouse Fortress, also wir haben einen Leuchtturm und eine kleine Festung daneben. Da vorne habt ihr das kleine Boot und den Festungsbereich hier, also es ist so eine Zweiteilung und im hinteren Bereich, da kommen wir jetzt dazu, also ganz viel Grünzeug hier, haben wir noch eine kleine Festung, eine Mini-Festung, einen Wachturm mit zwei Kanonen. So, und in dem Bereich hier wird auch der Leuchtturm dann verbunden mit dem Bereich der Festung. Wo jetzt bei diesem Set vorne und hinten ist, ich habe jetzt mit der anderen Seite angefangen, aber die Seite ist genauso schön, also wo da vorne und hinten ist, müsst ihr selber festlegen. Große Piraten fahren hier, die gleiche ist auch oben auf dem Turm, Leuchtturm drauf und hier geht es dann rein in den Leuchtturm mit einer kleinen Tür. Wie gesagt, es gibt kein Innen, das ist in erster Linie Deko. So, schöne Felsenstruktur unterhalb des Leuchtturms, dann sind hier noch Kisten auf dem Pier hier verteilt mit Obst und Süßigkeiten. Ich wollte schon sagen, Obst und Gemüse, nee, ist nur Obst und Süßigkeiten. Genau, da eben das Set nicht genug Fenster bietet, zumindest nicht genug Fenster, die er einsetzen wollte, es hätte schon noch welche gegeben, hat er hier Bretter genommen, um zum Teil Bereiche dieses Turms zu vernageln. Das erinnert so ein bisschen an die vernagelten Fenster vom Haunted House, vom ersten, von der 10228. Ich finde es auch hier nett umgesetzt, aber es hätte schon auch noch Möglichkeiten gegeben, hier mehr zu designen, also es sind einige Teile dann doch übrig. So, also von ungefähr hier bis hier ist der Turm verkehrt rum gebaut. Also hier ist es dann wieder richtig rum, die Noppen gehen nach oben, aber in dem Bereich von hier bis hier gehen die Noppen nach unten. Und wir werden jetzt mal gucken, dass wir uns den Turm ein bisschen näher anschauen. Ich werde das jetzt mal versuchen, den Turm abzunehmen. Ich habe das vorher noch nicht gemacht. Ich glaube, ich drehe tatsächlich das Modell dafür nochmal hier rüber, dann geht es ein bisschen leichter für mich. Und dann seht ihr mal, wie das gebaut ist. Also, ich nehme mal den Turm runter. Ja, geht ganz gut. So, ich komme einmal näher ran und mache die Tür auf und dann seht ihr da drin vier Achsen. Also, da sind vier Achsen drin und diese vier Achsen setzen unten oder stecken unten in vier Round Bricks, zweimal zwei Round Bricks und fixieren das Ganze. Das hält erstaunlich gut und es ist super stabil. Auf der Unterseite seht ihr Teils und dann gucken wir in den Turm rein. Da seht ihr ein bisschen was von der Konstruktion. Zwischendrin hat er da die großen Platten mit der Gitterstruktur drin. Also, es gibt quasi Zwischenebenen, aber der Turm hat kein funktionales Innen. Das darf man nicht erwarten. So, wir gehen jetzt mal noch mal ein bisschen nach oben. Dann könnt ihr auf den Turm von oben drauf gucken. Dann seht ihr hier, dass es da, ja genau, jetzt ist gerade hier die Antenne abgestürzt. Die ist nicht so fest, wie ich gehofft hatte. Ist aber nicht weiter schlimm. Also, ihr seht hier, dass da keine Noppen sind. Das hat eben den Nachteil, dass man da keine Minifiguren so platzieren kann, dass sie halten. Oder man muss halt eine kleine, ganz kurze Achse nehmen, aber das sieht dann natürlich nicht ganz so toll aus. Also, da sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Das Geländer ist ganz spannend. Das ist mit diesen Federungselementen hier realisiert, die ja bei dem Piratenschiff vorne eingesetzt sind, an der Galleonsfigur als Deko-Elemente, hier als quasi Geländer. Das Problem ist ein bisschen, ihr seht es von oben, das ist ein Oval. Man kriegt das nicht ganz so hin, dass es rund ist, wie es in der Anleitung stehen würde. Es bleibt halt immer ein Oval. Das heißt, an zwei Seiten steht es immer ein bisschen über. Das ist leider einfach der Preis der ganzen Geschichte. So, oben dieser Lichthaus-Bereich, ich glaube, dafür muss ich es tatsächlich waagerecht halten. Hier, das ist der Bereich, hier, den ihr dann von unten mit diesen vier Zapfen, vier Technikpins da reinpflanzt und der hält auch, aber wie gesagt, das ist ein bisschen tricky, eben auch in dem Sinne verkehrt rumgebaut. So, also hier nochmal ein näherer Blick und da seht ihr auch, dass da quasi kein Boden drin ist. Also oben fällt man in ein Loch als Minifigur. Das hätte ich mir irgendwie schöner vorstellen können, irgendwie nochmal mit ein paar Platten verkleidet oder vielleicht auch nur notdürftig mit ein paar Brettern. Das fehlt ein bisschen. So, der ganze Turm ist an und für sich sehr stabil. Den könnt ihr auch daneben stellen. Der hält. Ich fische jetzt mal hier meine Fahne wieder her und das ist einfach hier einer von diesen Masten vom Schiff und richte hier wieder mal meine Turmspitze her. So, also wir stellen ihn mal kurz auf die Seite. Ich werde nachher nochmal versuchen, die ganze Platte ein bisschen zu kippen. Das wird nicht so ganz einfach sein, weil eben das hier nur sehr notdürftig verbunden ist, alles miteinander. Es ist nicht dafür gedacht, dass man das groß durcheinander oder durch die Gegend schiebt. So, hier haben wir dann diesen kleinen Wehrturm mit den zwei Kanonen. Der ist auch ganz witzig gebaut. Der hat nur ein kleines Problem. Einmal hat er eine Leiter, die da von unten reingeht. Ihr seht sie vielleicht da zwischen den Streben hier. Und da ist das Loch, wo die Leiter oben rauskommt, sehr, sehr klein. Also, man kann da nicht so richtig gut spielen. Grundsätzlich hat man hier Platz zum Spielen, viele Noppen. Aber an manchen Stellen ist das Set dann doch sehr eng. Also, wie gesagt, es gibt kein richtiges Innen, sondern viel Außen und selbst in dem Bereich, in dem Turmbereich. Man kommt zwar von oben rein, aber es wird schwierig, da wirklich drin zu spielen. Aus einem Grund. Ihr seht es hier seitlich. Da sind mehrere Platten und die löst sich schon leicht, hier die mittlere Platte. Das ist eben das Problem. Wenn man hier mit einem Männchen drin rumhüpft, dann fällt diese Platte nach unten durch. Also, ich kann es mal leicht demonstrieren. Wenn ich hier drauf drücke, dann seht ihr, wie sich das löst. Also, wenn man da versucht, eine Minifigur draufzusetzen, bricht die Platte nach unten weg. Das ist ein bisschen schade, weil das dann alles wieder zusammenzubauen ist ein bisschen, ja, was für ganz, ganz kleine Hände. So, unten drin steht jede Menge Krusch. Das ist ja dieser Pier, der hier um die Ecke läuft. Und dieser Festungsbereich, der ist sehr, sehr verbaut. Also, ihr seht hier so ein bisschen durch dieses Gitter hier, seht ihr da eine Schatztruhe drinstehen. Ich versuche es gleich mal zu kippen, aber vermutlich wird ein Haufen abfallen. Man kann von oben reingreifen, aber die Bäume und so weiter, da fällt dann mal was ab. Und wenn da was reinfällt und ihr habt eine große Hand, dann wird es schon nicht so ganz einfach. So, also, hier zum Beispiel ein Baguette, ein paar Bananen. Die werden gleich rausfallen, von daher lege ich sie gleich mal auf die Seite. Und jetzt versuche ich mal das ganze Ding anzuheben. Ich habe das tatsächlich noch nicht probiert. Und schau mal, wie das funktioniert, dass ihr mehr seht. Also, vorne habt ihr das Boot. Ihr habt da zwei Skelettebaumeln an dem Eingang sozusagen als Abschreckung. Das sieht auch sehr, sehr schick aus. Finde ich sehr, sehr stimmungsvoll. Auch mit diesem schwarzen Material hier. Also, unten seht ihr schon, ist eine Platte abgekracht. Kann ich jetzt nicht ändern. Was das schwarze Material sein soll, ob das jetzt schwarze Steine sein sollen in der Karibik oder verkohltes Holz. Wahrscheinlich eher verkohltes Holz von einem abgefackelten Schiff. So kann man sich das erklären. Hier seht ihr auch noch ein bisschen mehr von dieser Turmbasis. Ich komme mal noch ein bisschen höher. Und ihr könnt da ein kleines Stückchen reingucken in diese Festung. So, jetzt kommt da unten sehr, sehr viel Spannung drauf. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das hier packen kann seitlich. Ja, dann kann ich es, glaube ich, noch ein bisschen besser drehen. So. Also, jetzt schauen wir mal von oben rein. Jetzt bin ich gleich ganz verschwunden, aber ihr seht mehr. Also, genau, da stürzt die Banane ab. In der Festung gibt es dann noch ein paar Goldpokale, Schätze für Piraten, Waffen hängen an der Wand. Und da seht ihr dann ein paar Papageien. Und zu den Papageien hoch eine kleine Treppe, Leiter, dass man da hoch kann, oberhalb des Tores. Und sich überlegen kann, wen man da mit Stein beschmeißt, mit Feuer eindeckt. Also, wen man da reinlassen möchte. So. Also, insgesamt finde ich das schon sehr schick hier. Und es ist auch viel, viel Platz übrig, um hier zu spielen. Ich muss hier wirklich vorsichtig navigieren, dass ich, dass mir hier nicht das ganze Ding abrauscht, denn ich möchte sie am Ende wieder zusammenbauen. So, jetzt gucken wir nochmal von der anderen Seite drauf. Da seht ihr dann in der Festung auch noch ein paar Paddel. Da kommen wir mal ganz rüber. Ein paar Paddel. Oben den kleinen Festungsturm mit den Kanonen. Und da baumelt das Skelett. Also, es ist tatsächlich nicht viel, was hier passiert, aber man kann kreativ ergänzen. Das ist das Schöne. Und es sind auch noch Teile übrig, wie gesagt. Darauf bin ich ja noch schon mal kurz zu sprechen gekommen, aber ich finde das tatsächlich hier relevant. Man kann das einmal so sehen, dass der Designer sagt, ja, bau mal noch was eigenes dazu. Oder dass man sich überlegt, hm, der Designer hätte vielleicht noch mehr nutzen können. Also, ich finde das hier schon sehr, sehr gut, aber es wirkt einen kleinen Ticken unfertig aus meiner Sicht. So. Die Platte hier vorne, die hing nur an einer Noppe. Man kann das Schiff hier übrigens, das kleine Boot kann man abnehmen. Da sind ein paar große Jumperplates drunter. So, der Designer hat sich jetzt gedacht, dass man das hier nehmen kann als Parleyort, also als Verhandlungsort. Das funktioniert auch gut. Vor allem, wenn man da zwei große Piratenschiffe dahin stellt, links und rechts, dann wirkt das Ganze natürlich umso mehr noch. Ich habe leider nicht zwei große Piratenschiffe. Das eine, was ich habe, ist hier ja verbaut, die Barracuda Bay. Und das andere, den Ninjago Flugsegler, den hatte ich jetzt keine Lust noch mal aufzubauen, aber zusammen wirkt das sicherlich noch viel, viel mehr. So, wir setzen mal den Turm wieder rein. Das geht einfach. Gucken jetzt vielleicht mal kurz von der Seite hier drauf, während ich noch mal zusammenfasse und danach drehen wir es wieder richtig um. Also, ich finde, ja, bevor ich weiterfinde, tun wir mal hier die Trage wieder hin, dann sind wir vollständig. Ich finde, dass dieses Set optisch einiges hermacht. Und es ist eine tolle Alternative zur Barracuda Bay, ja, zur 21-3-22. Die Bautechniken sind interessant und spannend, wie man das Ganze macht. Das habe ich, wie gesagt, so noch nicht gesehen. Und es ist eine ideale Ergänzung für große Schiffe. Die Größe ist beeindruckend und wir haben viele Spielmöglichkeiten und viel Platz eben. So, negativ eben die Stabilität der Grundplatte. Der Designer sagt selber, er würde empfehlen, das hier auf blauen Baseplates zu bauen. Das ist auch eine gute, eine richtige Empfehlung, aber die gucken dann natürlich seitlich raus. Und ob das so gut aussieht dann mit dem anderen Blau, weil mir wäre nicht bekannt, dass es eine Medium Azure Baseplate gibt. Vielleicht ist das so. Müsst ihr mich korrigieren. In den Kommentaren immer sehr gerne. Und ich finde tatsächlich hier diese Trage sehr, sehr groß. Also, die wäre irgendwie kleiner, realistischer gewesen. Vielleicht habe ich auch den Sinn der Trage falsch verstanden. Gerne Korrektur in die Kommentare. Immer sehr, sehr gerne. So, die Spielbarkeit oder Bespielbarkeit ist ein bisschen eingeschränkt. Durch die Stabilitätsprobleme hatte ich angesprochen. Dann bricht da mal die eine Plate nach unten raus. Dann gibt es im anderen Gebäude kein Innen oder oben keinen Boden, sodass die Figuren da reinfallen und auch nicht durchfallen, weil eben da die Zwischenböden drin sind. Wir haben hier einfach sehr viel Fassade. Aber wir haben eine sehr schöne Fassade. Das muss man dazu sagen. Und die Festung, dieser schwarze Festungsbereich, der ist einfach im Innenraum sehr, sehr eng. So, drehen wir es nochmal hier rüber. Dann haben wir nochmal einen anderen Blickwinkel. So. Viele Steine sind eben leider auch übrig, die man hätte auch einsetzen können. So. Insgesamt würde ich aber trotzdem sagen, dass das hier trotz Stabilitätsproblemen ein sehr, sehr schönes Alternative Bild ist. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das war einfach was völlig anderes. Es ist tatsächlich nichts völlig anderes als die Grundversion der Barracuda Bay. Klar, wenn ihr das Schiff draus baut, dann bleibt die Insel übrig. Und für eine Insel ist, es ist relativ ähnlich als Insel. Aber ich finde es irgendwie tatsächlich so als bespielbares Set runder in der Gesamtheit als die Barracuda Bay. Weil wenn ihr da das Schiff wegbaut, dann ist die Insel ziemlich nackig. So. Insgesamt würde ich sagen, es wirkt ein kleines bisschen unfertig. Man müsste noch ein bisschen weiter designen, noch ein bisschen mehr dran machen. Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen cooler. Ich bin jetzt gar nicht auf die Figuren eingegangen oder auf die besonderen Steine. Da würde ich euch mein Video zu 21.3.22 zu den Pirates of the Barracuda Bay ans Herz legen. Da habe ich eins gemacht. Und da könnt ihr euch da Infos holen, wie die Figuren aussehen, was sie so können und auch über die besonderen Steine in diesem Set. Denn da gibt es ein paar, die doch sehr schön sind. Vor allem die großen Insel-Basis-Steine. Diese abgerundeten Bricks in Tan. Das sind ganz, ganz schöne Steine. So. Spielspaß ist definitiv da. Aber eben mit großen Händen wird es ein bisschen schwieriger. Das ist oft bei Lego-Sets so. Hier kracht dann einfach gerne mal was ab von den Baumteilen im Festungsbereich. Ob sich jetzt der Bau lohnt, müsst ihr selber entscheiden. Ich finde, der lohnt sich definitiv, wenn man die Barracuda Bay hat. Ich vermute nur, dass viele, die die Barracuda Bay haben, sie ungern abbauen. Sie haben sie nämlich wahrscheinlich als Schiff aufgebaut. Und dann wird es wahrscheinlich schwierig. Wenn ihr das Set gerade nicht aufgebaut habt, vielleicht habt ihr Lust, das mal zu bauen. Ich finde, es ist ganz spaßig. Bei mir stehen die Sets halt nicht aufgebaut rum, sondern ich baue immer wieder gerne auf und ab. Ich finde sowieso überhaupt das Spaßigste am Lego-Bauen ist das Lego-Bauen und nicht unbedingt, dass Sets dastehen haben. So. Deswegen mache ich ja auch hier diese ganzen Videos und es macht mir sehr viel Spaß, euch immer wieder neue Sachen vorzustellen. So. Also vom Bau her ist es aber tatsächlich sonst unspektakulär. Ihr baut den Turmverkehr drum. Ansonsten ist es sehr, sehr einfach gebaut. Also der Turm ist das einzige Highlight hier beim Bau. So. Kommen wir mal zu einer Wertung des Ganzen. Ich finde hier Spielspaß ist definitiv gegeben. Es gibt aber eben kleine funktionale Einschränkungen. Von daher eben nur drei von fünf Bricks. Bauspaß auch da, aber eben wie gesagt nur ungefähr zur Hälfte des Sets, wie ich behaupten würde. Daher auch nur drei von fünf Bricks. Stabilität, die ist eingeschränkt. Wenn ihr das Set nicht durch die Gegend schiebt oder daran transportiert, dann fällt das weniger auf. Aber mit den Bäumen und den Platten in der Basis sind es dann halt doch nur drei von fünf Bricks. Optisch gefällt mir das Set aber sehr gut. Und da kriegt es vier von fünf Bricks. Es ist einfach eine coole Piratenlandschaft und wir haben davon bei Lego viel, viel, viel zu wenig. Preis und Verfügbarkeit, die richten sich eben nach den 200 Euro von den Pirates of the Barracuda Bay. Man mag vielleicht behaupten, dass für ich glaube, das sind ja genau 2500 Steine ungefähr 200 Euro. Es gibt sicherlich Stimmen, die behaupten, das wäre teuer. Ich finde das nicht, denn es ist ja so, ein Set hat immer einen gewissen Anteil an Bricks und an Plates und an großen, an kleinen Steinen. Und dieses Set hat einen überdurchschnittlich großen Anteil in großen Bricks. Und das kostet halt einfach mehr als eine kleine 1x1 Plate. Es gibt ja auch Sets, die haben eigentlich nur ganz kleine Teile. Von daher finde ich den Preis hier trotzdem drei von fünf würdig, denn normalerweise kriegt man das Set ja auch schon für weniger als 200 Euro. Aber selbst 200 Euro finde ich hier tatsächlich in Ordnung. So, das Gesamturteil von diesem Set sind daher zusammenfassend drei von fünf Bricks. Es ist ein gutes Set, aber mit ein paar kleinen Einschränkungen, die sich eben in der Wertung auch wiederfinden. So, ich werde jetzt den ganzen Spaß nochmal zu meinem vorne umdrehen. Also das ist mein Vorne dieses Sets, mein definiertes Vorne. Und werde vielleicht noch ein bisschen Piratenverhandlungen spielen. Mal gucken, wer gewinnt. Sicherlich Captain Jack Sparrow. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß. Wer es euch gefallen hat, dann gebt doch die Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Lasst vielleicht auch ein Abo da. Ich habe noch ganz viele andere Ideen. Wenn ihr irgendwelche Ergänzungen habt und in die Kommentare was schreibt, dann beantworte ich das natürlich auch sehr, sehr gerne. Und bis ich meine Ideen umsetze, müsst ihr dann nicht lange warten, denn es kommt hier bald und relativ schnell wieder das nächste Video vom nächsten MOG, dem nächsten Alternative Build oder dem nächsten LEGO Set auf MOG Scout. Wenn wir da oben stehen, dann geht das nochmal umsetzen würde nicht umsetzen würde. Untertitelung des ZDF, 2020